das aber schön mal schauen brauche volle um neue kleider zu machen und zehn grüne kräuter kannst du mir das besorgen vielen dank gut einmal wolle und zehnmal grünes kraut kein problem dauert zwar ein bisschen bis wir das haben aber es in der regel kein großes problem heilina hallo sag mal ich habe die glocke in letzter zeit gar nicht gehört aber du willst kannst du meine glöckchen mal leuten hören wenn du willst so hier meine tulbe bitteschön ja es gefällt ihr das herz bedeutet dass ich ein gutes geschenk gegeben habe dass ihr gefällt würden mehrere herzen rauskommt wie es bei der katze der fall ist dann würde das bedeuten ich habe das ideale geschenk gegeben und da liegen sie und da liegt eine muschel wunderbar kann man alles sehr schön verkaufen im übrigen hat es keinen zweck den personen mehrfach am tag etwas zu schenken so ich glaube mit dem kann ich nichts machen oder kann ich nicht ich muss es aber auch mal überlegen was jetzt mit den anderen erntewichteln war wo die überhaupt waren das weiß ich nämlich gar nicht und dann sollte ich mich auch mal erkundigen wie tief jetzt die mine ist damit ich karstens glocke machen kann tiger katze mit sie ist toll so wo bin ich denn wie komme ich jetzt am besten zu meiner anderen katze am besten so rüber wahrscheinlich dann da hoch da hoch und da hoch da mal ab zu mit sie mit sie so da hinten ist sie bt hallo mit sie ich habe vergessen den fisch zu fangen ich hoffe das ist okay für dich scheiße fack ich habe vergessen fische zu fangen na dann fangen wir uns eben kurz einen fisch damit wir ihr dann einen fisch schenken können so wo ist die nächste beste angel stelle ich glaube ich hier kann man gleich angeln ich glaube hier kann man angeln da ist man kann man ja kann man wunderbar ich glaube sonst würde ja die an die gar nicht erst auswerfen bin ich mir jetzt aber nicht so sicher eine mehr grund wunderbar gleich ein bisschen angeln so ohlalala das ist aber ein charterbrocken was wir da hatten also da hatten eine makrele so ich möchte jetzt aber ehrlich sagt nicht weiter angeln weil ich noch ein bisschen energie aufheben möchte hey christina hallo es scheint dass mir den mann verloren hat nein wirklich ich soll ich mich hier nähern naja das muss du selbst wissen aber ja sie hat ihren mann verloren dass sie das jetzt erst auffällt wahnsinn ok jetzt können wir unsere geliebten mit sie einem fisch geben so da haben wir die mehr grund und die kriegst du und es gefällt dir sehr schön gut dann überlegen wir mal was es jetzt zu tun gibt der halbe tag ist vorbei aber ich habe nicht mehr so viel energie und ich habe ehrlich gesagt keinen bock mir irgendwas zu kaufen was die energie wieder herstellt weil ja zu teuer na dann gehen wir doch jetzt einfach mal hier den unteren weg am meer entlang einfach mal zu schauen ob da vielleicht irgendwas liegt wobei ich glaube nicht im weg bin ich ja schon entlang gegangen oder da war ich hier schon noch mehr ich weiß jetzt wird gar nicht ne war ich nicht ja da liegen noch muscheln nehmen wir doch gerne mit die wir komischerweise für gutes geld verkaufen können man wäre das schön wenn das auch möglichkeit zu wer wenn ich in italien bin dass ich damals wo ich in italien war wo ich die ganzen muscheln gesammelt habe aber gut ist schon über ein jahrzehnt her dass ich in italien war ja wo ich die ganzen muscheln immer gesammelt habe das wäre schön gewesen wenn ich die alle hätte verkaufen können meine güte ich wäre reich gewesen ich wäre mehr als nur reich gewesen was ich gesammelt habe an muscheln ich hatte eine ganze tüte voll nur mit muscheln mein gott meine mutter wusste gar nicht was wir dann was jetzt machen soll die brüste die muscheln dann immer wegschmeißen weil ich so viele muscheln hatte aber gut meine schwestern war auch nicht besser deren tüten waren auch immer voll mit muscheln nachher das war noch zeiten gut dann sagt sagt die makrele behalte ich sehr lecker dann gibt es vielleicht viel geld dann behalte ich sie lieber dann verkauf ich sie mal lieber so und das grüne kraft muss ich auch verkaufen behalten weil das ja die schneiderei braucht und ich habe da etwas gesehen jawohl einmal und da müsste ich ja vielleicht noch einer sein hier noch ein pilz warum ist da oben eine ente drin ich frage mich weiter nach trotzdem interessiert es mich ich habe die dingen schon das kauter geholt trotzdem sie sitzen mich warum ist eine ente drin es ergibt doch gar keinen sinn da habe ich ausgesehen wunderbar und da ist noch ein grünes kraut ja sehr schön da haben wir noch mal hin werden das gibt alles viel viel geld ihr habt sehr gesehen am letzten tag mit so was kann man sehr viel geld machen und da hat doch keiner was dagegen oder vor allem geld können wir sehr sehr gut gebrauchen eine sequenz okay ich weiß gar nicht wegen was come on mine echt war der ladebildschirm ab hier schon ich dachte der ladebildschirm zu kommen mir wäre es ein bisschen später aber okay doch keine sequenz aber für zwei pilze hey das ist doch auch was gut man muss eigentlich dazu sagen zwei herkömmliche pilze denn die normalen pilze sind ja besser wo nur pilz heißen die in der mine die begeben ja glaube ich mehr geld da sehe ich ein kraut zwei sogar wunderbar so und da kann es gleich mal weitergehen da oben gibt es sicherlich noch hey ollie der schmuckladen als mir das ehemann noch lebte lief ja wirklich gut und jetzt nicht mehr so nachdem er verstorben ist tragisch echt tragisch sowas aber kann nichts verändern also im verstorbenen ehemann wenn ich so und acht pilze wunderbar also das könnte heute wieder richtig geld geben so da oben könnten noch pilze sein ja da haben wir den pilz wunderbar ich weiß ja nicht vielleicht zählt auch der pilz den ich an den eiern habe dann könnte ich immer kurz abkratzen den auch verkaufen ich mein geld das geld wir brauchen geld so sieht es aus so insgesamt schon zwölf pilze das ist doch wahnsinn wir versuchen jetzt mal ein bisschen tiefer zu kommen aber ich habe den hammer nicht dabei weswegen das keinen sinn ergibt und ich deswegen nicht mal in die bühne gehen kann aus diesem grund gehen wir mal wieder raus gehen zur farm und holen uns dann eine axt und gehen dann eben in den wald denn ohne axt können wir den wald gar nicht erst betreten ach wo es mir gerade einfällt ich könnte mir mal etwas wichtiges hier beim trödler kaufen und zwar die streichhölzer hat sie sonst noch was was ich gebrauchen kann ja das schon aber kann ich mir nicht leisten so ja die streichhölzer sind ziemlich praktisch denn mit denen kann ich ein kleines lagerfeuer machen und meinen fisch darauf grillen das bedeutet ich kann ihn dann selbst essen es gibt viel energie oder ich kann ihn für mehr geld verkaufen denn ein gegrillter fisch gibt mehr als der normale fisch und da ich nur 480 für die streichhölzer bezahlt habt haut sich dieses geld relativ schnell wieder rein weil es hat gar nicht wo man überall lagerfeuer machen kann ich glaube überall aber man muss aufpassen dass man das lagerfeuer auch wieder ausmacht ja man muss das lagerfeuer wieder ausmachen denn wenn man das nicht macht kommen am nächsten tag die leute zu dir beschweren sich warum du den scheiß lagerfeuer nicht ausmacht und das ist auch nicht so gut für die stimmung innerhalb der leute die da wohnen die sind mich auch relativ wichtig muss man dazu sagen also ist schon relativ wichtig dass einen die leute auch mögen wäre natürlich gleich suboptimal wenn sie nicht mögen oder ergibt nur sind aber man braucht es eben auch später für eine glocke glaube ich aber da bin ich mir nichts ganz so sicher so dann feuerland windhügel wasser cup ich nehme dich mal mit ausmachen nicht vergessen da steht es extra ich nehme dich jetzt mal mit und nehme noch die axt mit habe ich jetzt gerade die triller pfeife mitgenommen tatsache warum so gut ich habe die glocke dabei jetzt bin ich mal gespannt wie das denn so ist wenn ich die steintafel dabei habe ob das dann auch bedeutet dass ich dass ich nun diese felder aktivieren aber ich muss eigentlich auch in die mine runter ich weiß jetzt gerade gar nicht ich kann es beim besten willen gerade nicht sagen aber das kann ich ja dann auf screen nachschauen wie das nur mit der mine so ist das ist eigentlich schon relativ wichtig dass man sich auch um die glocken kümmert denn wenn man das nicht macht dann hat man einfach weniger freiheiten im spiel dadurch dass man sich um die glocken kümmert hat man danach umso mehr freiheit man kann immer mehr machen man kann dann später auch wenn man den wind wieder gebracht hat kann man auch auf eine separate insel fahren die sogenannte tucan inseln